Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie sind den schweren Ballastleid, der Ihr Herz betrübt? Dann begeben Sie sich in die heilsamen Hände von Monika Usna und Cordula Schnur, den zwei Inhaberinnen von Grandmother Turtle in Wien. In ihrem Zentrum für Ganzheit von Körper, Geist und Seele haben es sich die beiden Energetikerinnen zur Aufgabe gemacht, Menschen spirituell zu begleiten und sie von Negativem zu befreien. Von der Sinnkrise über Erschöpfungszustände bis hin zum physischen Schmerz. Mithilfe der Lehren von Viktor Barun durchbrechen die erfahrenen Heilerinnen innere Blockaden und setzen positive Veränderungsprozesse in Gang. Neben Einzelsitzungen bieten die zwei auch Gruppenmeditationen zur Bewusstseinsförderung und spirituelle Hausreinigungen zur Behebung energetischer Störungen an. Dank vielfältigem Kursprogramm können interessierte Klienten hier sogar selbst zu professionellen Heilern ausgebildet werden. Grandmother Turtle öffnet Ihr Herz. auf Finnset für ein Kacke怎樣! Und ihr habt ja in der Kar vinert die Region hervor im Untertitelung des ZDF, 2020